Mahlzeit und Willkommens zu einer neuen Folge von LS15, ähm, ich nehme jetzt einen Tag später auf, ja, und wir wollten jetzt erstmal hier weitermachen, der scheiß Drescher ist schon wieder voll, so, ähm, der Grubert hier weiter, genau, hier waren wir. Leuchte an und Timer an, nicht vergessen, und dann geht's weiter, 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 Wo waren wir hin? Und an, passt. Ich hoffe, das leckt jetzt nicht so sehr. Ich hab so Bock auf LS, gerade, da muss ich das Außen nutzen, und viel aufnehmen. Eigentlich können wir ja mal die, äh, Zeit schneller machen. Dann wächst das Feld da oben, hab ich... Ja, gut. Ich will ja hier nichts verschwenden, soll ja Spaß machen. Ich hatte heute Prüfung, Abschlussprüfung, von meiner Ausbildung, sehr, sehr stressig. Aber, was soll's, man muss da durch, ne? Oh, Leck. Habe ich das Feld da oben jetzt eigentlich... Gedüngt? Weiß ich gar nicht. Guck ich gleich. Ich fahr hier nochmal schnell drüber. Oh, Schluck auf! So... Ist auch gleich voll, und dann... Geht's weiter, ganz schnell! Bringt das eigentlich was, wenn man die verkauft? Haben wir sowas überhaupt? Mist... Da unten... Püh... Keine Ahnung... Unfall... Da ist das auch gleich voll... Sauer hier... Das bringt ein bisschen mehr Geld, wenn ich den hier verkaufe... Den Inhalt verkaufe hiervon. Sieh, zieh, zieh, zieh! Licht wieder an! Wieso bleibt das eigentlich nicht an? Das nervt! Das is... Hier war's, glaub ich... Ähm... Ne... Ist noch nichts fertig! aber es ist ja nicht schlimm sooo, der lädt auf wie der zieht na solange er es macht, dann sollen wir das recht dann verschwemmen wir nochmal ein bisschen Dünger so ne, war nicht gedüngt gut so, wieder nach unten oh, das ist so langweilig, ne, zum zugucken bestimmt Kühe kommen auch noch dran aber eins nach dem anderen ob der ganze Drescher da nochmal reinpasst der ist fertig ne, ist er nicht dann fahr ich halt mal selber wie geht das denn an normal normal ging das doch mal auf B, ne ne, nein, der Shop war es auch nicht egal ach, kann ich mal kratzen so, der ist hier so, der ist hier mal gucken, ob er weiterfährt ich guck gleich mal, ich guck gleich mal ja aber da bleibt da was liegen ich stelle mich auch nicht haben wir eh jeweils viel zu viel davon oh Gott vielleicht sollte man auch mal schnell machen, ne das hilft manchmal ey, der fährt weiter ey, der fährt weiter gut gleich ist der Part vorbei füllen wir den nochmal schnell ab hier und dann wir endlich hin äh, guck mal unten in die Videobeschreibung äh, dort ist Twitter und Facebook und so verlinkt und ein Abo könnt auch mal da lassen, ne dann würd mich das sehr freuen kostet ja nichts, ne und äh, Sendeplan ist unten in der Videobeschreibung und äh, ich sage dann mal tschüss, bis zum nächsten Part, bis morgen tschüss